Wie geht es euch, ihr Spackos? Appell! Ge-portet! Sehr geil! Supergeil, würde ich da fast sagen. Wo geht's eigentlich? Hier lang. Oh! Hier geht's zu den beiden Schlüsseln, sehr schön. I like this! Aber nicht zu hoch. Seid ihr immer noch da? Verpisst euch! Also echt. Und ihr auch! Mehr für gedrecks wie schon. Und das da ist, fahre ich mich auch. Oh, da haben wir Zombies. Sind ich der Zombiezauberer? Ja. Du perpiss dich mal ganz schnell. Du Arschloch. So. Gehe ich jetzt eigentlich wieder zu den Anwesen hin oder zurück zur Old Lady. Man weiß das nicht so genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt hier hoch will. Ui, dankeschön. Und aufschließen. Und eine Blueprint. Und eine Blueprint. Ring der Geduld. Ring der Geduld. Erleichtert es dem Träger, sich auch unter widrigen Umständen in Geduld zu üben. Plus zur Generation. Verteidigung. Fidget Glück. Bauplan. Alles klar. Wegen der Geduld. Vorgemerkt. Und... Down! Yeah! Und... Down! Yeah! The Down Slash ist mega awesome. So. Es geht weiter nach unten. Huch. Ne. Weiter nach unten mein ich. Und fliegen. Flieger grüßt mir die Sonne. Woah. That's how we do it. Level aufsteht. Kampf ist verfügbar. Ähm. Manchmal... Eins auf Fidget. Oder eins auf... Ähm. Eins auf Gesundheit. Jo. Hallo. Ich glaube was da hinten... Okay. Widget benutze ich ja relativ selten. Hallo Mr. Händler. Haben Sie etwas Neues für mich? Ah. Hallo wieder mein Freund. Ich verwirkte, dass Sie zurückkommen würden. Was denn auch sonst? Das benutze ich mal ja im Moment alles klar. Er hat auch keine guten Ringe irgendwie. Ja der hat... Nein. Nichts Gutes für mich. You fuck you. Mann. Sie explodiert. Blöd Männer. Wird grad was anderes sagen. Aber das tue ich nicht. Dachtet ihr wohl was? Aber das tue ich nicht. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall... Da ist die Menschen... Und da müssen wir dann... Aufdach den Weg zurück. Nicht falsch gelaufen. Aber das wusste ich nicht. Gibt's ja... Ah. Hier unten gab's die Bomben. Ja ich erinnere mich. Ja ist okay. Ist okay. Ja ist okay. Ja. Ist da... Ist schon okay so. So. Wir müssen jetzt nämlich... rausgekommen. Oh. Fliegen. 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 Whatever you are. Die. Nein. Ich bin ich grad schlecht. Oder was. So. Nein. Hier war der Schatz. Und hier, mal weil... da lang und hier ist noch ein händler müssen wir hier dann haben wir ja die fähigkeit zu klettern was sehr geil ist hallo wir haben eins gefunden ja ich habe eins gefunden jetzt doch schon abnehmen können aber ja okay okay man gewöhnt sich an das klettern man gewöhnt sich und war dann habe ich schneller zerschlitzt als es ihm lieb war das war mir ganz lieb ich glaube ich gehe erst unten dann dauert wie low das hat funktioniert läuft was ich mit dem vielleicht hätte ich das hat irgendwie nicht so viel gebracht wie er hofft hier ist noch ein exklusiv gelöst ja komm herr hier nein okay das sagt nein mr blob sie mein freund sie nicht aber wie soll ich das denn da hinbekommen in 30 wird mich verarschen ich habe schon niemals in 30 das ist unmöglich obwohl vielleicht explodiert der andere nicht in 30 kunden vielleicht brauchst du den dafür ja der ist länger als drei sekunden halt war ja komm sehr gut okay so was umständlich ist dumm die einfach auch aussehen zum wiesel jeden ausgefüllt okay meine ganze horde von denen und weg noch mehr mensch ihr vermehrt euch ja wie fliegen oder wie die mücken letztes jahr das jetzt ist ja ich glaube schon und hier geht es jetzt einmal hoch immer her wo oder hat die aber fast gekontert die fliege was der konterfliege ist das wohl gewesen da gibt es gar nichts oder was würde ich mich verarschen wo ziemlich verarschen oder was ist los okay da aha das ist ein zerstes matchbarer felsen so ist das also ich kann nicht gesehen krass krass oh komm mit mittwoch des lebens oder so komm doch hier 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 komm aber nicht an die stacheln Was tust denn du? Nein. Da ist schon richtig. So, hoch, 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 hoch. Jetzt vorsichtig. Ja, nicht an die... Fuck you! Ja, hab gesagt, nicht an die Stacheln. Oh, 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 oh. Nein, nein, es ist doch nicht wahr. Warum fliehst du immer gegen die Stacheln? Hat dir das jemand erlaubt? Ich glaube nicht. Wirst du mich verarschen? Du scheiß. Komm jetzt her. Du fliehst, du gehst mit der Stacheln. Du bist doch so scheiße. Komm schon, Fidget. Okay, du bleibst da unten. Ich sag, du bleibst da unten. Nee, du fliehst hier hoch. Wer noch mal. Das heißt, ich geh in die Stacheln fliegen. Okay, ich glaube, es ist im Prinzip, wenn man es verstanden hat, doch, ganz einfach, aber. Das war doof. Ich hätte gewusst, was ich tun soll. Aber ich tat es nicht. Und warum? Weil ich nicht so... Krass. Cool. Schlau gewesen. Ja, komm, 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 ein Stückchen, ein Stückchen. Und jetzt hier zu mir, zu mir, zu mir, komm, komm, genau. Ah, brav. Jetzt komm hier. Komm. Ja, es war doch gar nicht so schwer. Ist der Block, bitte sterben Sie. Okay. Auch, Arschloch. Jetzt kommt die zweite Mansion. Und hier ist ein Schatz versteckt. Oh nein, du schon wieder. Geh weg. Dein Bruder haben wir auch schon gesehen. Noch nicht gefallen, ey. Oh. Wow. Das steht ein Zombie von mir. Warum steht ein Zombie von mir? Nein. 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 Steine wieder gut, Arschloch. Nein, noch einer. Fick dich. Go and fuck yourself, bitch. Fuck. I hate you, you little asshole. Ich kiriere euch einfach, weil ich dachte, ich war klar, oh Gott. Komm schon, komm. Jetzt geht doch. Jod. Ich werde auch nicht mehr in deiner Nähe. Okay, volles Leben. Wow. God damn. So. Da geht's lang. WES? Hä? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Wo bin ich? Warum? Hä? Warum bin ich hier? Äh. Okay, da gibt's ja mehrere Ausgänger. Vielleicht hätten wir unten lang gemusst. Nein! Arschloch. Genau, genau. Ja, nee. Nee, nee. Okay, da geht's sowieso nicht lang. Aber es gab, glaube ich, noch einen Ausgang. Können wir noch nach unten. Sterbt jetzt doch mal. Danke. Kreisbrot, Mann. Ist diesmal nicht da. Oh, fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ihr wollt mich in die Dorn reintreiben, hä? Wollt ihr mich in die Dorn reintreiben? Ihr schafft es nicht. Äh, Leichtsteinweste auf diesen schweren, in Segmenten geteilte Weste ist ein interessantes Muster zu sehen. Ist aber insgesamt schlechter als alles, was ich habe. Von daher kann ich's nicht nehmen. So, weiter geht's hier. Und Slasher. Oh, das war aber ein krasser Flusser. Äh, ich gehe weiter nach hier. Und so, yay. Super lustig. Okay. Doch nicht super lustig. Aber ein bisschen super lustig. Aber schon sterbt. Die Fliege erst mal eine Runde rum. Alles klar. Okay. Was gilt es hier zu tun? Welches Rätsel gilt es hier zu lösen? Welchen Gegner gilt es zu töten? Welchen Freund zu retten? sterben